Willkommen zurück, General. Danke. Ja, mein Freund, Sie wurden befördert. Ich bin sicher, Krukhoffs Verrat war ein ebenso großer Schock für Sie wie für mich. Als mein vertrauenswürdigster Offizier führen Sie jetzt unsere Truppen alleine gegen die, die uns vernichten wollen. Exzellenz, kaiserliche Einheiten haben immer noch einige sowjetische Gebiete unter Kontrolle. Lange aber nicht mehr. Ohne Ihren ehrwürdigen Führer sind Sie nichts wert. Ihren Kaiser. Greifen Sie den Mount Fuji an, General. Zeigen Sie dem japanischen Volk, dass er kein Gott ist, sondern aus Fleisch und Blut. Die Zeit ist gekommen, dass das Reich der aufgehenden Sonne untergeht. Die Dinge sind nicht, wie sie zu sein scheinen. Wenn Sie hören, was ich zu sagen habe, werden Sie an meinem Verstand zweifeln, aber ich spreche die Wahrheit. Also hören Sie, hören Sie, ich habe eine Maschine konstruiert, mit der man durch die Zeit reisen kann. Verstehen Sie? Wir haben das Raum-Zeit-Kontinuum gestört und die Auswirkungen unserer Arroganz waren mehr als katastrophal. Scherdenko wäre nicht Premierminister. Das Recht der aufgehenden Sonne hätte niemals existiert. Keiner weiß etwas davon, nur wir beide, Kommandant. Mein Leben ist in großer Gefahr. Sie sind ein Held des Volkes, deshalb werden die Menschen Ihnen glauben, wenn Sie die Wahrheit enthüllen. Und damit ein ganz wunderschönes Ahoy, Ahoy, liebe Spaßgesellschaft und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Command & Conquer Alarm Schwur 3. Das mit der Zeitreise, muss ich sagen, klang jetzt ziemlich interessant. Ich stehe auf das Thema. Aber gut, jetzt erstmal zur Mission Mount Fuji, Bändigung eines Gottes. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung, General. Ihre erste Anweisung? Der Premier verlangt den Tod von Kaiser Yashiro. Sie müssen in den Palast eindringen, um seine Leibgarde auszuschalten. Alle unsere militärischen und technischen Ressourcen stehen zur Verfügung, General. Für diese beispiellose Luftlande-Operation. Alles Gute. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist das George Takai? Wenn ja, wäre das ziemlich cool. Der Premierminister hat die Neutralisierung des japanischen Kaisers angeordnet. Ihre Befehle sind eindeutig. Greifen Sie Kaiser Yoshiros Palast an. Eliminieren Sie Kaiser Yoshiro. Sorgen Sie dafür, dass der Kaiser nicht entkommt. Ihre Truppen haben bereits mit der Offensive auf den Kaiserpalast begonnen. Viel Glück bei dieser Operation. Gut, schauen wir mal, ob wir das Glück brauchen oder ob es auch so klappt. Ja, ich glaube, das ist wirklich George Takai. Invasionstruppen nähern sich. Ein Einwanderungs wird angehoben. Ein Einwanderungs wird angehoben. Warum haben wir jetzt eine Einheit? Echt jetzt? Ich weiß, ein Invasionsheer sieht etwas anders aus. Aber Sie müssen den Kaiser finden. Ich veranlasse, dass Sie Verstärkung bekommen. Das ist ja aber nett. Soll ich alleine gehen? Ja, jetzt haben wir... Das ist unsere Armee für den Kampf gegen den Kaiser? Das? Das kann ich. Gut, Teddybärchen kommt hoffentlich mal mit. So, hier ist unser Ziel. Da steht der Gute. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Rückkehr vor... Sind nur noch wir übrig? Da? Schon gewonnen? Wo wohnst du jetzt hin, mein Freund? Wo? Ja, ich sollte besser da unten rum. Da hast du wohl recht. In der Hoffnung, dass das überhaupt der richtige Weg ist. Aber hier, das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Ich bin hier. Schon gewonnen? Oh Gott, ich habe so schlecht mit dem Sinn, dass ich nur eine einzige verdammte Einheit habe. Rekrut ist kampfbereit. Das kann ich. Natürlich. So, wo läufst du lang? Ja, das sieht nach dem richtigen Moment aus, wo sich die beiden jetzt verpieseln. Ach, alle verpieseln sich ja sehr schön. Umso besser. Dann mal ganz schnell da hin. Schon gewonnen? So, wo fährst du jetzt hin? So, wo patrouillierst du jetzt lang? Natürlich. Lenken Sie die Truppen ab, um sie vom Garten wegzulocken. Neues Einsatzziel erhalten. Jawohl. Ah. Ich gehe. Jetzt. Warte mal, ich gucke mal, ob ich von da oben runterschießen kann. Wer hilft mir? Da schon mal nicht. Wartet. Natürlich. Endlich ein echter Kampf. Endlich darf ich kämpfen. Ja, endlich darfst du kämpfen. Ich habe gehört, die Geisha des Tenners will eine Runde schwimmen. Jawohl. Einsatzziel erreicht. So schnell ich kann. So, sehr schön. Jetzt verpieselt ihr euch alle da oben hin. Finde ich super. Bei aller Macht der Sowjetarmee. Warum kämpfen nur wir? So, da steht schon ein kleines Türmchen. Gut, dass jemand so nett war, diese Mauer aufzusprengen. Ja, Bären sind ja jetzt nicht gerade für ihre gute Laune bekannt, ne? So, dann bringen wir mal eben den Kaiser um. Oh, ha. Oh, ha. Wies. Dank der Ablenkung durch unsere Vorauskommandos konnten unsere MDFs in der Nähe landen. Setzen Sie unsere Apokalypse-Panzer ein und errichten Sie eine Basis, um zurückzuschlagen. Uh, Apokalypse-Panzer, das klingt sehr fein. So, das holen wir uns gleich mal als erstes, damit schön fleißiges Geld reinkommt. Mh-mh. Ich guck mal, dass wir direkt das hier auch noch mit einnehmen. Brauchen Sie den Ingenieur? Kein Problem für jemanden wie mir. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Brauchen Sie den Ingenieur? Na komm, machen wir direkt den Superreaktor, würde ich sagen. So, für die Apokalypse-Panzer brauchen wir mit Sicherheit noch ein Stück weit Technologie. Kein Problem. Wieso, gucken wir mal, dass wir nicht so großen Abstand zwischen den einzelnen Türmen haben, damit unsere Verteidigung auf Lücken los ist. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Was habe ich denn jetzt für neue Bauoptionen? Achso. So, hier haben wir drei Felder zwischen. Nummer eins, zwei, drei, zack, und dahin. Ach, reparieren die sich so auch schon selbst? Ja, nice. Das ist ja mal schick. So, du reparierst dich hoffentlich selber und verteidigst dich auch selber. Wir sollten mal so ein Sputnik bauen und uns hier vorne noch die Einkommensquelle da sichern. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Vorsitzend. Ah, sehr schön. Ich mag das, wenn die leveln. Erst recht, wenn sie so dicke sind. Wird gebaut. Machen wir einen Ausflug. Dir riecht es gut. So, dann ziehen wir unsere Verteidigungsdienung gleich mal bis hier hinten weiter. Heute wird abgerechnet. Wo ist unser erstes Ziel? Machen wir mal da. Nicht zu nah an die Front. So, komm, Fetti werden hier. Perfekt. Was? Wo denn? Du Lübbel, wie kommst du denn da rein? Hat er sich einfach vorbeigeschlichen, der Sack? Bau abgeschlossen. Sie werden betreffend. Sie werden betreffend gesammelt. Wo sind sie? Eine Einheit wird angegelt. Äh, haben die mir das Türmchen kaputt gemacht, die Schweine. Bau abgeschlossen. So, einmal das Gebäude bitte zerschießen. Das steht nämlich im Weg. Was können wir denn noch... Ach ja, hier, Luftfeld. Da war ja was. Ach, das ist doch eine Bodeneinheit. Oh, super. So, schwere Geburt. Wird gebaut. Bau abgeschossen. So. Dachten Sie wirklich, Sie könnten hier irgendetwas ausrichten mit Ihrer Armee von Zirkusclowns? Was Zirkusclowns? Wir haben hier im Verstecken gekrochen. Gut. Das bräuchte aber doch nochmal ein bisschen was gegen Luftabwehr. Bau abgeschossen. Wir warten. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindliche Infiltrator geortet. Feindliches Kommando geortet. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Heute wird abgerechnet. So, dann lasst mal knacken hier. Repariert. Repariert. Eine Einheit wird angegriffen. Neues Einsatz zu gehören. So, jetzt muss ich erst mal die Türmchen hier wieder aufbauen. Na, wenn jetzt ein Monetär gesehen läuft es bei uns und das ist doch schon mal super. So, wir könnten hier auch endlich mal eine Mauer vorbauen, oder? Ich meine, können die Türmchen da drüber schießen? Die Tesla-Sprüle mit Sicherheit, ne? Bei dem anderen bin ich mir gerade aufgesagt nicht sicher. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wo, 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 wo. Der ist aber schon gasig, der König-Uni. So, jetzt haben wir wieder genug Strom. Genau, rechtzeitig, wo die Tesla-Sprüle nicht mehr läuft. So, kommen wir jetzt aber... Holen wir uns da nochmal ein paar dazu. Hier holen wir uns den Mick-Jäger dazu. Ach ja, wir haben hier noch Fähigkeiten, da war ja was. Sehr schön, da kommt auch wieder Geld in die Kasse. Wunderbar. Ach, du hast ja da hinten einfach was geholt. Ja, schön. So, warte mal, jetzt haben wir hier neun Stück. Da sind acht im Bau. Machen wir doch daraus elf. Dann haben wir eine schöne Gattezahl. Zwanzig, das sollte dann auch hoffentlich reichen. Wer kommt denn da? Ach ja, es stimmt, noch so ein paar Abwehrtürme wären nicht verkehrt. So, hier haben wir noch ne Tesla-Sprüle hin. Ach, unser Kollege hat schon so einen eisernen Vorhang ready. Ja, schön. So, wir bräuchten aber noch ein bisschen mehr Saft auf der Spritze. So, langsam, aber sicher wird es finanziell ein bisschen enger, aber Gott sei Dank mal ein bisschen. Ich überlege gerade, ich glaube, damit sich die Mission nicht zu... Warte mal. Mach doch mal kurz Pause. Damit wir hier schneller vorankommen. Was ist das denn bitte für ne Fähigkeit gewesen? Ihre Anwesenheit hier ist einfach abscheulich. Und ich werde euch Barbaren im Namen des Tenos vernichten. Bau abgeschlossen. Feindliche Infiltrator geordnet. Kommt jetzt noch ein Commander von denen dazu. Oh, jetzt boxt aber der Papst im Catnamb-Tier. Mein Gott, der hat ja echt... Der schadet ja wirklich alle hier um sich. Unser Verbündeter hat angegriffen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. Wo sind sie? Aus dem Weg. Ziel wählen. So, warte mal. Kriegen wir den mit? Sehr schön. Haben wir uns im Home-Man einen kleinen Gefallen getan. Für Umme. Naja, zumindest war es ein kleiner Gefallen. Ich würde auch ganz gerne mal ein paar Kirovs ausprobieren, weil die habe ich immer als relativ starken auf dem Hinterkopf, wenn die so ähnlich sind wie bei Alarmstufe Rohr 2. Dann hatten die ja doch einiges auf dem Kerbholz. Und schon wird das wieder ein wenig, das Geld, knapp. Aber wir kriegen das schon hin. So, ich würde sagen, wir preschen mal vor, das warten, gehen wir auf den Sack. Gucken wir uns mal um die erste Basis hier. Jetzt habe ich doch ein bisschen auf die Schnauze bekommen. Na komm, den Turm machen wir noch platt. Ach, du hier hinten bist der Larry, der mir so auf den Senkel geht. So, das war's mit dir. Wow, aber die haben ja jetzt doch einiges gekostet. Meine Fresse. Gott, da ziehe ich mich denn doch jetzt mal zurück. Okay, die Armee war doch etwas zu monoton. So, einmal wieder zurück. So. Ja, komm, jetzt sollte ich hier auch versuchen, einen Strich drunter zu machen. Ich glaube, hier 7. Wow, der Woof war doch ziemlich mies. Nee, komm. Das macht keinen Sinn. So, erstmal hier wieder Türmchen vorsetzen. Und wir müssen jetzt erstmal ein bisschen unsere Wunden lecken. So, was bräuchten wir? Na, so ein Vorhang wäre nicht verkehrt, aber vor allem brauchen wir erstmal ein bisschen Geld. So, unser Kollege hier, der ist auch ein bisschen arm dran. Darf wir uns ja das Geld teilen. So, wir bekommen hier noch vier Stück. So, ich denke, in der Größenordnung sollte unsere Armee etwas schlagkräftiger sein. Beziehungsweise mit der Aufstellung. So, dann hoffen, dass wir diese beiden König-Onis mal damit platt machen. Nö, leider haben wir gar nichts damit platt gemacht. Hätten wir mal erst das Upgrade abgewartet. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. So, da hinten ist so ein schöner Ölbautom und ich glaube, den möchte ich gerne haben. Deswegen hole ich mir den jetzt einfach mal. Goodbye, Kommando. So, einmal bitte das Gebäude da wegschießen, damit es nicht mehr so im Weg steht. Und du hörst mal auf zu gehen. So. Ja, der hat hier doch ein bisschen... Oh, der kaiserliche VIP-Bunker. Jetzt seht ihr so ein VIP-Bunker? Nee, ne? So, ein Transporter noch und dann haben wir unsere Midis und dann, denke ich, können wir mal wieder loslegen mit einem kleinen, aber feinen Angriff. So. Geldprämier, die dürfte sich, denke ich, als nützlich erweisen. Na, komm, wir helfen ihm mal ein bisschen. Ja, wobei, das kriegt er da einen hin. Gut. Umso besser. Noch kurz so eine Flak hier hinten, weil das ja dann doch so ein bisschen zu wuselig. Ah, ich weiß schon, wo ich das ja gerade noch bin gebaut hab. Supermagnetischer Satellit bereit. Repariert. Funktionsbereichen der Rügel. Bau abgeschlossen. Feindliches Kommando geoffert. Unser Verbündeter wird angegessen. Nerven, auf ihn! So, dann guckt schon mal, dass ihr vielleicht euch die ersten Hörner abstößt und ein bisschen Erfahrung sammelt und vielleicht sogar ein Levelchen aufsteigt. Das wäre sehr toll. Erbrübel, Männer! Funktionsbereichen der Rügel. Feindliche Einheiten entdeckt. Spiel, Ben! Ach, komm, machen wir es einfach. Mein Gott, meine Panzer sind einfach zu lahm. Zack! Boah, Direkt General. Sehr nice. Da oben ist doch so ein mieser Penner. Oh! Jetzt bleibt auch da, du Sack! Und der Stützpunkt wird angegriffen. Weiß ihn nieder! Wir sind gebäude, wo wir in den Städten. Wir drübel, Männer! Was? Welches Gebäude wurde infiltriert? Hä? Ach, hier, irre, finde ich, ist ja weg. Bäh! Miesen Penner! So, wir lassen uns mal eben kurz hier wieder gesund stoßen und dann geht's auch alsbald weiter. Oh, sehr schön. Wir haben hier einen sehr weit entwickelten Apokalypse-Panzerversorgung. Was kommt der für den Drehteil da oben an? Wir suchen mal ran. Hat der jetzt abgeholt Lüftung, oder? Hm. Weiß man nicht, ne? Das leibert ja die ganze Zeit von dem Gebäude, wo der infiltriert. Das ist doch Käse, ist das. So, ich würde sagen, wir preschen dann mal ein wenig vor. So, dann geht's ihm mal bitte möglichst dreckig. Zack, rasiert. So, dann holt ihn mal bitte vom Himmel. Dankeschön. Wollte gerade sagen, ich hab irgendwie recht wenig Luftabwehr so gefühlt, ne? So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Rambazamba, damit er endlich aufhört, auf den Senkel zu gehen. Oh, guck mal an, jetzt hab ich schon gar keine Stackels mehr. So, komm, dann machen wir hier schon mal alles platt. So, komm, hau raus, den Schmarrn. Und jetzt erstmal, damit nicht nochmal so eine neue Spezialschmuse da rauskommt. Und vielleicht auch da, damit nicht kein Panzer da in die Quere kommt, wäre alles sehr von Vorteil. So, dann setzen wir noch da auch mal eine Kopfprämie aus. Wenn wir direkt ein bisschen Kohle kriegen. Damit hätten wir schon mal die erste Basis soweit fertig. Also, so gut wie fertig. Denke nicht, dass da jetzt noch groß irgendwas kommt. Das ist mir sowas von egal, solange du stirbst. Ich wollte gerade sagen, warum wehrt sich denn keine Flack dagegen, verdammt nochmal. So, wir holen uns mal einen Ingenieur, der sich mal hier dessen annimmt. Holen wir uns mal einen Sputnik. Brutto wollen uns zwei Ingenieure. Und hier erstmal noch ein Upgrade. Und du packst einmal da hinten, bitte. So, einmal hier rauskommen, alle Mann. Danke sehr. So, dem hier können wir doch mal bestimmt was Nettes entgegenwerfen. Zum Beispiel sowas hier. Weeeeee! Och Mann ey, beinahe hätte es gereicht. So, und du holst immer bitte Ette hier. So, und du holst immer bitte Ette hier. So, dann mal her mit den Radfaderien. Ich würde sagen, damit der da oben nicht mehr so auf den Senkel geht, mache ich den hier hinten als erstes. Da können wir uns aber erstmal zurückziehen, noch ein paar Einheiten bauen. Ach Kinder, so läuft das Ganze doch. Ist doch herrlich. Ach komm, das können auch mal unsere Mixregeln. Die sollen auch mal ein bisschen was zu tun bekommen. Okay, reicht nicht. Die Flagge ist leider schneller. Wow. Äh, das war jetzt etwas unerwartet. Vielleicht sollte ich mir mal so eine kleine, schnelle Eingriffstruppe hier stehen lassen. Denn so haben wir jetzt leider ein wenig Geld verschwendet. Ein miesen Penner. Ein miesen Penner. So, dann knallen wir das mal eben hier weg. Aber eben ist gut. Das ist schon eine ziemlich harte Verteidigungslinie hier, wie man sieht. Mit ziemlich garstigen Geschützen. So, geht auf. Oh, hey. Da sollten wir vielleicht doch mal kurz warten. Wieso hat der das hier hinten nicht eingenommen, der Engineer? Wir hatten da doch mal vor Anno Tuck einen hingeschickt. Kann ich mich noch dunkel entsinnen? Oh, Mist. Den habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Ja, Leute. Läuft bei uns, ne? Nicht. Weißt du was? Wir machen das so. Wir heilen uns hier einmal ganz kurz. So, und sobald wir uns hier repariert haben, gehen wir da einfach mal hin und machen ihn hier endgültig platt. Ach komm, weißt du was? Dann hört das schon mal auf wie mit seinen Trüppchen. So, komm, wir fahren dich mal kurz hoch. Hallo? Ach, gar nicht richtig markiert. Scoozy. So, den letzten Punkt, den wir noch vergeben können. Was bringt das überhaupt? Was bringt das überhaupt? Vorne sie einen Badger-Bomber an. Dieser wirft aggressives Material, das alle Einheiten im Ziel gibt. Beschädigt. Nice. Was? Was? Das ist das, was? Das ist das. Feindliche Stützpunkt entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. Das Gebiet gehört uns. Was darf es sein? Feuer, das alle drauf. Wir zeigen, wie sie es ist. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Eine Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Feindliche Inselstattung. Wird gebaut. Wird gebaut. Hey, was? Das hier sind der Wille der Schriftstunden. Ein 1 zu 0. Ranz. Unterstützt und wird angegriffen. Und ranzureichende Mittel. Na komm, dann gibt es noch wenigstens im Turm hier, dreckig. Bau abgeschlossen. Und schon haben wir keine Luftabwehr hier hinten. Aber gut, wir haben ja immer noch unseren Mix, von daher. So, dann paddeln wir da hoch. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindliches Kommando geortet. Unsere Verbündete wird angegriffen. Oh, jetzt hat der Sack von den... Du Depp, ey. War der ein bisschen zu aggressiv. Was ein blöder Satz. Das war vermutlich nicht so geplant. Berühmte letzte Worte. Licht. Das ist mir sowas von Latte. So, ich will dann doch nochmal ein paar Kyrus ausprobieren. So, kurz erholen und dann geht's weiter. Letzte Basis. Viel ist ja Gott sei Dank nicht mehr. Ziel wählen. Unser Stützbind wird angegriffen. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Unterbrochen, abgebrochen. Kampffreigabe erteilt. Masken wir die Kyrauf meldet sich zum D. Wird gebaut. Und wieder mal gepennt. Echt? Jetzt direkt zum General befördert? Dein Ernst? So mieser Penner. Dann probieren wir doch endlich mal die Kyraufs aus. Aber wir sollten nicht nur mit 2 in der Hände fliegen. Weil so langsam wie die sind, werden die mit Sicherheit sehr schnell weggebombt. Und einfach weil wir es können, gibt's dann jetzt doch endlich mal den Eisernvorhang. Wird gebaut. Wird gebaut. Wohin jetzt. Präpariert. Wensurage in der Mitte. Bau abgeschlossen. So, komm, wie viel haben wir noch? Ja, auf die letzte pfeifen wir jetzt mal. Wir greifen an. Ich will mal ein bisschen Action sehen hier. Uh, die haben einen Schub. Wow, die haben da... Ziemlich garstigen Schub. Und zack, das war's mit meinem General. Ja, komm. Tun wir mal so... Hallo? Mein Gott, geh doch. Ich wollte gerade sagen, tun wir mal so, als könnten wir Micromanagement. Halt es die Gürtel an, Jungs. Erfolgt sie! Erteneich bedeutet spektabel. Es wird riesig ausgeworfen. Ein Sammler wird angegriffen. Wartet auf die Flakke! Wo ist meine Eskorte? Noch einer. So, haut mal einen raus. Sehr schön. Läuft doch! Mein Kaiser. Ich habe versagt. Jep, das hast du. Weil du bist ein Spinner. Ach, jetzt ist der erste Weg zum Kaiser frei. Ja, gucke mal, schau. So, dann guck mal, dass er euch da noch vielleicht ein paar Upgrades holt. Ja, guck, hat sogar für mich bei ihm hier gereicht. Sehr schön. Ach, guck mal, was da hinten alles ist. Oh, dass du jetzt so eine Seestreitmacht hast, finde ich gerade sehr sexy und schön. Warte mal, kann ich hier noch trotzdem dran bauen? Ich guck mal. Na, leider nicht mehr. Schade. Haben wir noch einen zweiten Sputnik dazu? So, 4, 8, 12, 16 Stück. Mehr haben wir nicht. Das ist natürlich sehr schön. So, dann stellen wir uns mal hier hin. Befreien sie den gefangenen Bären. Ach, den Rekruten und den Bären. Ach so, die vom Anfang. Wo sind die denn da hinten, ne? Ja, ja, okay. So, warte mal. Hier hauen wir doch mal eben einen kleinen Absturz rein. Wui! Händen wir die schon mal down. Hier lassen wir mal ein bisschen was korrodieren. Zack, und alles weggeätzt. Ah, clever wäre es gewesen, wenn ich vorher den noch draufgesetzt hätte, aber na gut. Wäre, wäre, Fahrradkette, ne? So, die nächste Erzmine leider platt. So, und du holst dir dann da hinten, das auf der Insel. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ein Erzmine ist im Gerichter ausgebäutet. Unser Verbündeter wird angegriffen. So, leider hat er... Oh, jetzt hätten wir ein bisschen Sicht, aber das reicht leider nicht. Dieses Gebiet gehört uns wohin jetzt. Kampffreigabe erteilt. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Wird gebaut. Wo sind sie? Wo ist unser erstes Ziel? So, du stellst dich mal da oben hin. Ach, den hier oben habe ich ganz vergessen, oder? Oder ist da einer unterwegs? Nein, der ist unterwegs, okay. Was parkt eh hier hinten? Ja, der ist gerade leider nicht an sich weg. Oh, sehr schön. Er rasiert da hinten fleißigst. Das ist doch super. Das ist doch super. Hm, wie gehen wir da am besten vor? Wir haben sehr viele Lufteinheiten, deswegen sollten wir gucken, dass wir auch genug Bullfrogs dabei haben. So, doch erstmal hier ein wenig. So, ein bisschen was für die Portokasse tun. Sehr gut, Generatoren zerstört. Perfekt. Dank unserem Kollegen Turnschuh. Und schon geht mir das Geld aus. Boah, der hat aber irgendwie auch nicht mehr viel, ne? Ach, der hat hier hinten hauptsächlich alles hingeklatscht. Gut, wenn alle Erzminen ausgebeutet sind, macht das natürlich auch so herzlichst wenig Sinn. So, wie kommen da noch? Da kommen noch drei. Hier kommen noch ein paar mehr. So, war es so gut. Gleich holen wir uns auch noch hier die Raffinerie. Das gibt dann auch nochmal einen netten Finanzschub. Alter, willst du nicht da angreifen, du Depp? Oh Gott, ist der dumm. Warum ist der so dumm? Das tut doch schon weh. So, jetzt bitte bleibt alle einigermaßen da. Hui! Geld, Geld, Geld. Geld. Sehr schön. So, mit den Flieger sind wir jetzt soweit durch. Ich bin heute spendabel. Dann seid doch so gut, fliegt ihr schon mal vor. Und ihr fahrt auch schon mal in die Richtung. Ich bin das Ende. Nee, wisst ihr was? Fahrt mal alle hier hin. Ihr kommt mit euch erstmal, dass Teddy the Bear hier hinten rauskommt. Aber du stehst da hinten natürlich auch goldig. Oh, den einmal bitte ganz schnell rasieren. So wie den Kollegen. Ist das Türmchen ausgefallen oder sieht das nur so aus? Ich glaube echt, die Türme sind ausgefallen, ne? Ja, mega. Dann gucken wir doch mal hier auf. Dann machen wir doch mal hier hinten ein bisschen Rambazamba. So, und ihr dürft schon mal gerne ein bisschen hier oben fahren. Oh, Jungs, wo fahrt ihr denn alle hin? Was stimmt denn nicht mit euch? So. Wo war denn der Flieger, Larry, der gerade meinte, mal auf den Senkel gehen zu müssen? Wo war denn der Flieger, der gerade meinte? Ich habe etwas für den Fallen. Wie dumm manche Einheiten sind. Und ja, ich weiß, jetzt könnte man wieder argumentieren. Die tun ja nur das, was ich denen sage. Und irgendwo stimmt das auch. Aber das lasse ich trotzdem einfach nicht gelten. Einfach, weil ich es kann. Ich dachte schon, sie fangen nie. Auf mich ist Verlass. Sehr gut. Mein Gott, die sind ganz schön brutal, was den Schaden angeht, wenn die mal ihre Maximalstufe erreicht haben. Schalten Sie aus. Gut, wir haben hier eine Megamonition. Wir fliegen Sie. Ist das der schicke Kaiserpilast? Der ist aber irgendwie ein bisschen trister. Also ich meine, dieser eine, den wir in ein Missionen zerstört haben, der war da doch deutlich pompöser. Und das war's. Jetzt werden sie sich mir stellen müssen, mir persönlich. Oha. Äh, nicht cool. Aber schnell weg, rasiert. Schwing! Stand wäre genau richtig. Wieso? Der ist zu ehrenvoll im Kampf gestorben, weißt du, was du willst? Das Reich wird ohne Führung endgültig dem Untergang geweiht sein. Das war ein großer Sieg und ein großer Tag für alle Sowjets. Das stimmt wohl, auch wenn die Mission ein bisschen lange gedauert hat, aber na gut, das ist dann jetzt halt einfach so. So ihr Lieben, das war's. Wie immer bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski!